Es geht darum, dass wir die soziale Marktwirtschaft in die Zukunft übertragen müssen. Wie organisieren wir Wirtschaft, Arbeit und Gesellschaft neu in Zeiten der Digitalisierung, ganz speziell am heutigen Tag? Viele Arbeitsplätze werden verloren gehen durch die Digitalisierung, neue werden entstehen. Die Leute werden aber alle mehr können müssen als bisher. Wie organisieren wir Weiterbildung? Wie bauen wir das Steuersystem um? Das sind drängende Fragen, um die soziale Marktwirtschaft in die Zukunft zu überführen.